Hallo Freunde. Hallo Fans. Ich denke immer, ich schiele. Irgendwas stimmt ja nicht. Da habe ich irgendwas vor der Nase. Und ja, lesen muss ich ja auch dabei. Heute ist der 5. Dezember. Ein Tag vor Nikolaus. Heute Abend müssen die Schuhe geputzt werden. Genau, schön die Schuhe putzen heute. Vergesst das nicht. Sonst, wir gucken. Wir gucken. Ich sag's euch. Mutti und Foddy is watching you. Oh ja. Du siehst aber auch mit dem Weg rein aus. Wir öffnen Türchen Nummer 5. Halt. Ach. Vergesst das immer. Und wieder kommt ein rein daher. Wobei mir manche fallen schwer. Drum öffnen wir die Nummer 5. Dass ille nicht die Nase holen. Das musst du abschneiden da oben. Okay. Ich schneid's mal ab. Oh. Mir fällt's aus der Hand. It's live. It's live. Live to live. Das muss ich aber öffnen. Ach muss ich öffnen. Ja. Die 5. Okay. Es klappert schon wieder. Die Müll am rauschenden Bach. Die Brüllen tauschen. Vielleicht kannst du ihn besser sehen. Ist gut. Immer her. Gut. So. Ist besser ne. Guck mich mal an. Ja. Kannste besser gucken. Warte. So. Ja. Weißt du was mich stört? Dieses Ding da oben. Du fängst an zu schielen. So. Hier. Was hast du jetzt hier? Ein. Ein Mosaik Blush. Blush. Genau. Butterfly Garn. Und was Süßes. Gehört dazu. Altera. Altera. Ich habe keine Ahnung. Naturkosmetik. Ich habe keine Ahnung. Für euch. So meine Lieben. Dann bin ich jetzt wieder dran. Rasselbande. Nee. Achso. Du bist dran. Mir liegt schon die 5. Ach. Da habe ich sie ja doch schon hingelegt. Die 5. Oh. Das bist du dran. Darf ich aufreißen? Oh. 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 Och. Nee. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Einmal. Oh. Hast du irgendwie nicht? Ja. Du bist verrückt. Ist fruchtig. Einmal eine Kerze. Und für mich. Nagelkante. So eine Puppets. Eine Puppets. Geil. Eine Puppets. Dankeschön. Dankeschön. Ich sage auch Dankeschön. Ja natürlich. Aber natürlich. Natürlich. So. Jetzt darf ich mal weitermachen. Bei dir? Bei mir Nummer 5 hast du gesagt. Ja. Ja. Na dann machen wir doch mal das vier. Fünfte Türchen auf. Da steht die Nummer 5 drauf. Ja mach dich das nicht. Würre da vorne das Ding auf der Nase. Nee. Ich fange dann zu schielen. Ich mache die Wärmewürre. In dem Pullover. Ist doch mein. Ist nicht meine. Ist nicht meine. Arztische Pullover. Türchen 5 ist heute. Nicht. Ist heute. Wieder leer. Türchen 5 ist heute wieder leer. Denn der Inhalt ist ziemlich schwer. Ja. Achso. Ja. Ich kann. Ich kann. Ich kann Mutti's Schrift. Kann ich nicht. So. Okay. Fünf. Na ja. Hast du aber ein bisschen übertrieben. Von wegen schwer. Ach nee. Ja. Aber egal. Der Willi zählt. Ja. Der Reim der zählt. Der Willi zählt. Ja. Ja. Der Willi zählt. Ja. Mach dich das mir warm ist. Reiß auf. Ja. Desinfektionstücher. Antibaterien. Ja. Ja. Nachher sind wir ja unterwegs. Und dann weißt du. Dann fässt man irgendwann an. Und dann. Dann kann ich dich immer fragen. Hast du zufällig ein medizinisches Tuch dabei? Ja. Ja. Hast du recht. Ja. Du siehst geil aus. Ja. Dankeschön mein Schatz. Bitteschön. Mir ist warm. So. Jetzt. Die fünf. Ich hab sie. Ich auch. Ich hab sie schon gesehen. Oh. Oh. Sieht aber auch lecker aus. Oh. Sieht aber auch lecker aus. Oh. Oh. Sieht aber auch lecker aus. Lecker. Groß Schatz. Mmh. Es fehlt ja auch hier hinten drauf was für Sokolade drin ist. Muss ich nicht lesen schmeckt. Musst du nicht lesen schmeckt. Mmh. Schmeckt gut. Mmh. Oh Gott. Oh Gott. Also denkt dran. Ach du durfte Zeichen. Heute Abend noch. Schuhe putzen. Ach so. Schuhe putzen. Stiefel. Stiefel. Stiefel putzen. Stiefel putzen. Und dann schreibt uns dann mal morgen in den Kommentaren was der Nikolaus euch gebracht hat. Das wär schön. Ne? Ja. Ja. Ich muss auch meine Schuhe noch putzen Schatz. Ja mein Schatz. Ich hab gar keine Schuhe. Was? Kannst du mal barfuß rum? Genau. Egal. Äh. In diesem Sinne. Das sagt die Ille. Immer wieder. Und was sagen wir? Tschüss. Musik 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 Musik